Willkommen zum Vortrag die ansteckende Mathematik. Woher kommt es, dass wir in den Medien Aussagen lesen und hören, wie zum Beispiel, dass die Grippewelle im Januar 2018 kontinuierlich auf ihren Höhepunkt zusteuert? Oder dass wir im Dezember 2021 für Covid-19 sinkende Fall- und Spitalzahlen prognostiziert werden, wenn zu dieser Zeit die folgenden Fallzahlen zu sehen waren? Und was hat das mit Mathematik zu tun? Infektionskrankheiten können mathematisch modelliert werden mit dem Ziel, die Infektionsausbreitung zu untersuchen bzw. zu beschreiben oder eben auch um Prognosen zu erstellen. Aber alles der Reihe nach. Eine Infektionskrankheit ist eine Krankheit, die auf andere Personen übertragen werden kann. Wir starten mit einer Person, die noch nie mit einer Infektion in Berührung gekommen ist. Das heisst, sie ist gesund und noch empfänglich für die Infektion oder kurz gesagt infizierbar. Wird diese Person angesteckt, dann hat sie sich infiziert und ist in unserem Fall auch infektiös. Wie es weitergeht, hängt stark von der Art der Krankheit ab, um die es geht. Bei einigen Infektionskrankheiten können sich die Erkrankten zwar erholen, aber sich später wieder anstecken, wenn sie wieder mit kranken Menschen in Kontakt kommen. Ein Beispiel wäre ein Schnupfen. In unserem Schema würde das rote Smiley wieder grün werden. Bei anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Windpocken, ist man nach der durchgemachten Infektion immun gegen eine erneute Ansteckung. Was passiert, wenn wir jetzt eine infizierte Person in der Population haben? Einfachheitshalber schauen wir uns nur 15 Personen an, wobei die eine infizierte Person zeitgleich auch infektiös ist. Ein Teil der nahestehenden Personen wird angesteckt und so kann sich die Infektion ausbreiten, wobei im Laufe der Zeit die infizierten Personen genesen. Bevor wir uns mit einem mathematischen Modell befassen, sollten wir uns erst einmal genau ansehen, was in unserem Beispiel gerade passiert ist. Grundsätzlich interessieren wir uns dafür, wie viele Personen sich wann und in welchem Gesundheitszustand befinden, d.h. infizierbar, infiziert oder genesen sind. Wir können uns auch das entsprechend in einer Grafik aufzeichnen. In unserem Beispiel sind zu Beginn, also zum Zeitpunkt 0, 14 Personen infizierbar, eine Person ist infiziert und keine ist bisher genesen. Im nächsten Zeitpunkt haben wir zwei Neuinfizierte. D.h. jetzt haben wir insgesamt drei Infizierte und somit nur noch zwölf Personen, welche die Infektion bekommen können. Ich habe die Grafik entsprechend ergänzt. Zum Zeitpunkt 2 geschehen mehrere Dinge gleichzeitig. Wir haben zwar vier Neuinfizierte, aber unsere erste infizierte Person in der Mitte hat sich jetzt von der Infektion erholt und ist jetzt genesen. Und so können wir das Geschehen weiter aufzeichnen bis zur vorerstletzten Beobachtung. Wir haben fünf Personen, welche die Infektion noch bekommen können, drei Infizierte und sieben genesene Personen. Jedoch ist es unrealistisch, dass Menschen über einen längeren Zeitraum an Ort und Stelle verharren. Deshalb gehen wir im Moment davon aus, dass alle alle treffen können. Somit hat jede Person die gleiche Wahrscheinlichkeit mit einer infizierten Person in Kontakt zu kommen. Was wir also in unserem Modell wollen, ist eine Möglichkeit, die Dynamik einer Infektionskrankheit zu beschreiben. Das heißt, die Art und Weise zu beschreiben, wie sich eine Krankheit in der Bevölkerung ausbreitet. Wir möchten aber auch wissen, wie sich die Ausbreitung der Krankheit im Laufe der Zeit entwickeln wird. Wird die ganze Bevölkerung irgendwann die Infektion haben? Oder wird die Infektion nach einem nur kleinen Teil der Bevölkerung infiziert wurde, wieder verschwinden? Es wäre aber auch interessant, mit dem Modell zu untersuchen, welche Massnahmen sich wie auf die Ausbreitung bzw. Fallzahl auswirken könnte. Für den Anfang brauchen wir zwei Dinge in unserem mathematischen Modell. Erstens, wir müssen zu jedem Zeitpunkt wissen, wie viele Personen sich in welchem Gesundheitszustand befinden. Zweitens, die Infektionsdynamik muss im Modell wiedergespiegelt werden. Das heißt, wir müssen definieren, wann und wie viele Personen zwischen den Gesundheitszuständen wechseln. Zum ersten Punkt. Wir haben also Personen in unserer Bevölkerung, die entweder infizierbar, infiziert oder genesen sind. Aus der Perspektive eines mathematischen Modells würde es keinen Unterschied machen, wenn wir es mit einer Krankheit wie Ebola zu tun hätten, bei der infizierte Personen eher an der Krankheit sterben als genesen. Deshalb beschreibt man manchmal die letzte Kategorie genesen auch als entfernt. Im Sinne, dass die Personen nicht mehr direkt in der Infektionsausbreitung teilnehmen, da sie weder infektiös noch infizierbar sind. Wenn wir schon bei der Wortfall zur Beschreibung der Gesundheitszustände sind, möchte ich noch die üblicherweise verwendeten englischen Fachbegriffe einführen. Susceptible, infected und removed. Die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe werden häufig als Abkürzung für die Beschreibung des Infektionsmodells genutzt. Das heißt, unser Beispiel ist ein SIR-Modell. Und mit den Funktionen S von T, I von T und R von T beschreiben wir die Anzahl der Personen, die sich zum Zeitpunkt T im jeweiligen Gesundheitszustand befinden. Jetzt zum zweiten Punkt, die Infektionsdynamik. Wie ändert sich die Anzahl der Personen im jeweiligen Gesundheitszustand über die Zeit? Um die Dynamik unseres SIR-Modells zu beschreiben, müssen wir mathematische Ausdrücke finden, die erfassen, wie ein Individuum von S zu I und von I zu R wechselt. Das heißt, wir müssen die Häufigkeit dieser zwei Wechsel bestimmen. Einerseits die Infektionsrate und andererseits die Genesungsrate. Wir betrachten zuerst den Wechsel von S zu I. Wie wird eine Person infiziert? Damit sich eine Person anstecken kann, muss eine infizierbare Person mit einer infektiösen Person in Kontakt kommen. Dann könnte die Krankheit übertragen werden. Nehmen wir an, ich kann die Infektion noch bekommen und treffe andere Leute. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf eine infektiöse Person treffe? Je mehr Infizierte es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mit einer infizierten Person in Kontakt komme. Je mehr Kontakte ich mit Infizierten habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich anstecke. Die einfachste Idee ist, dass die Wahrscheinlichkeit, mich anzustecken, proportional zur Anzahl der Infizierten sein sollte. Das heißt, in einem konstanten Verhältnis zur Anzahl der Infizierten. Nun bin ich vermutlich nicht die einzige Person in der Bevölkerung, die noch angesteckt werden kann. Wenn wir davon ausgehen, dass alle infizierbaren Personen gleich sind, dann muss sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendeiner ansteckt, somit auch proportional zur Anzahl der Infizierten sein. Zusammengefasst, der Wechsel von S zu I, die Infektionsrate, sollte also proportional zur Anzahl infizierbaren Personen als auch proportional zur Anzahl Infizierten sein. Wenn wir Beta als Proportionalitätskonstante betrachten, können wir die Infektionsrate zum Zeitpunkt T als Beta mal S mal I schreiben. Dieser Parameter Beta ist eine einzige Zahl, die zwei Effekte kombiniert. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierbare Person und eine infektiöse Person interagieren, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Interaktion zu einer Ansteckung führt. Das heisst, ein grosses Beta würde beispielsweise einer Bevölkerung entsprechen, in welcher es viele soziale Kontakte gibt und die Krankheit hoch ansteckend ist. Jetzt zum zweiten Wechsel. Wie erholt sich eine infizierte Person? Wie schnell ich mich von einer Infektion erhole, wird grundsätzlich unabhängig davon sein, wie viele Personen noch infizierbar oder schon genesen sind. Wenn wir ebenfalls davon ausgehen, dass alle infizierten Personen gleich sind und sich somit jede infizierte Person gleich schnell erholt, dann sollte die Genesungsrate proportional zu I sein, der Anzahl Infizierten. Wenn wir Gamma als Proportionalitätskonstante betrachten, können wir die Genesungsrate als Gamma mal I schreiben. Der Parameter Gamma gibt an, wie schnell sich ein Individuum von der Krankheit erholt. Zum Beispiel, wenn das Gamma klein ist, dann bleibt eine Person für eine sehr lange Zeit infiziert und hätte somit die Möglichkeit, während diesem Zeitraum viele andere Personen anzustecken. Bevor wir uns ein paar Beispiele anschauen, möchte ich unsere Überlegungen zum Modell in die entsprechenden Gleichungen übersetzen. Mit der Infektionsrate und der Genesungsrate beschreiben wir, wie sich der Durchfluss in den Pfeilen über die Zeit ändert. Oder anders formuliert, wie sich beispielsweise die Abnahme der Anzahl infizierbaren Personen über die Zeit ändert. Wir beschreiben somit die Ableitung von S von T und das tun wir auch für die Ableitung von I von T und von R von T. Die Infektionsrate beschreibt den Wechsel von S nach I, deswegen einmal das Minuszeichen und einmal das Pluszeichen. Die gleiche Überlegung gilt auch für die Genesungsrate. Zusammengefasst, unser SIR-Modell wird durch ein Differenzialgleichungssystem beschrieben. Und wir müssen uns nur noch Anfangswerte definieren, das heißt, wie viele Leute zum Zeitpunkt Null in welchem Gesundheitszustand sind. Wie man mit diesem Differenzialgleichungssystem weiterarbeitet, um auf eine Lösung zu kommen, werde ich im Rahmen dieses Vortrages nicht behandeln. Nur ganz grob, für die Beispiele, die ich zeigen werde, nutze ich numerische Lösungsverfahren. Für das folgende Beispiel mit unserem SIR-Modell starten wir mit einer Bevölkerung, in welcher 0,1% der Personen infiziert sind und alle anderen noch infizierbar sind. Ich habe Gamma so gewählt, dass eine infizierte Person im Mittel eine Woche infektiös bleibt. Und Beta habe ich auf 10 gesetzt. Wie zu erwarten, werden Personen infiziert und die rote Linie steigt rasch an, wobei der Spitzenwert schon innerhalb der ersten Woche erreicht wird. Am Ende der ersten Woche sind kaum mehr Personen da, die infiziert werden können. Wir können nur noch abwarten, wie alle genesen, bevor ab Woche 6 nichts Neues mehr passiert. Was könnten wir tun, um die Infektionsdynamik zu ändern? Wir könnten die Infektionsrate halbieren, indem wir beispielsweise die Anzahl der Kontakte reduzieren. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Infizierten nicht so rasch ansteigt und der Spitzenwert reduziert wird. Das Maximum an gleichzeitig infizierten Personen kommt im Vergleich zum ursprünglichen Verlauf ein bisschen später. Und noch immer wird die ganze Bevölkerung aber die Infektion durchmachen. Wenn wir zusätzlich die Genesungsrate verdoppeln, sei es durch ein Medikament oder durch das Entfernen von infizierten Personen mittels Isolation, dann sehen wir das folgende Ergebnis. Der Spitzenwert beim Anteil der Infizierten wird nochmals reduziert und die Kurve flacht schneller ab. Und in diesem letzten Szenario werden ca. 12% der Bevölkerung die Infektion nie durchmachen. Wie kommt man jetzt auf diese Aussagen, die ich am Anfang erwähnt habe? Nehmen wir das Beispiel mit Beta gleich 5 und Gamma gleich 1 und fokussieren uns auf den Anteil der Infizierten. Das heißt, wir reduzieren die Grafik auf die rote Kurve. Jetzt tun wir so, als befänden wir uns in der ersten Woche und wären somit dort, wo der rote Punkt eingezeichnet ist. Wenn das unser aktueller Wissensstand ist bezüglich der Epidemie und wir davon ausgehen können, dass die Infektion von Interesse gut beschrieben werden kann mit einem SIR-Modell mit Beta gleich 5 und Gamma gleich 1, dann können wir anhand des Modells beschreiben, was passieren wird, wenn wir nicht eingreifen. Wir können die Prognose stellen, dass die Fallzahlen steigen und der Spitzenwert innerhalb der nächsten Woche erreicht wird. Die folgende Grafik weist aber auf die Problematik hin, die wir bei Prognosen haben können. Die violette Linie zeigt eine mögliche Alternative. Ein SIR-Modell mit Beta gleich 5, aber das Gamma ist ein bisschen kleiner mit 0,9. Die rote und die violette Linie sind zu Beginn sehr ähnlich und können somit beide plausibel die bisherigen Beobachtungen erklären, aber der weitere Verlauf ist unterschiedlich. Prognosen sind immer mit Unsicherheit behaftet, denn in der Realität kennen wir Gamma und Beta nicht einfach so, sondern müssen sie anhand von Daten schätzen und Schätzungen sind immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Wir haben uns das SIR-Modell als Beispiel ein bisschen genauer angeschaut, aber natürlich gibt es viele Möglichkeiten, diese Idee eines mathematischen Modells zu erweitern. Wir können unterschiedliche Infektionsverläufe modellieren. SI beispielsweise für Herpes, SIS beispielsweise für Schnupfen, wie zu Beginn erwähnt. Wir können aber auch andere Gesundheitszustände mit berücksichtigen im Infektionsverlauf. Infiziert, aber noch nicht infektiös zu sein oder zu sterben. Wir können auch sagen, dass wir die Population nicht nur nach dem Gesundheitszustand aufteilen, sondern beispielsweise auch nach Altersgruppen. Dann könnten wir berücksichtigen, dass Gleichaltrige sich vielleicht öfters treffen. Wenn wir beim Thema Treffen sind, je nach Infektionskrankheit ist die Art des Treffens relevant, da es unterschiedliche Übertragungswege gibt. Bei Tröpfeninfektionen reicht es in der Nähe zu sein. Bei sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten müssen wir uns mehr überlegen. Wer mit wem, wie oft und ob der Geschlechtsverkehr mit oder ohne Schutz stattfindet und noch einiges mehr. Wie wir schon anhand dieser sehr kurzen und noch unverständigen Liste sehen, müssen wir für unsere Beschreibung der Infektionsausbreitung mittels eines mathematischen Modells einiges überlegen und viele Entscheidungen treffen. Die Infektiologie ist ein grosses und spannendes Gebiet und mathematische Modelle sind eine Möglichkeit, besser zu verstehen, was wir sehen und wie wir es möglicherweise beeinflussen können. Alle Briefen sind hier. Alle Briefen sind in der 15 Jahre mit dieser Zeit.